Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf meinem Channel. Ja Leute, wenn ihr Reactions feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mal in die Kommentare, auf was ich unbedingt reagieren soll. Falls ihr mal live dabei sein wollt, ich streame immer Montag bis Freitag ab 15 Uhr bis 17 Uhr. Gegen Ende mache ich meistens Reactions, als wenn ihr mal live bei einer Reaction dabei sein wollt. Checkt auf jeden Fall meinen Twitch-Stream. Erster Link in der Beschreibung, twitch.tv slash fixyt. Ich freue mich da euch zu sehen und jetzt viel Spaß mit der Reaction. Let's go! Schau von OnPoint, wenn Monte Fortnite spielt. Wenn Monte Fortnite spielt. Monte schon kommentiert? Hat er behindert oder was? Ich hab gefragt, ob er behindert ist. Okay, ich bin gespannt. Ist das best of oder was? Schaffst du easy auf jeden Fall. Auf Monte seinen Highlights. Hoffentlich haut er ein paar geile Kills raus, Alter. Ich bin gespannt. Oh, oh. Nein! Bruder, was war das denn, Digga? Ach, holen wir weg. Ah! Das ist ein Fail. Aber ich find's mega geil geschnitten. Jetzt schon. Hey, ja, das ist ein Hacker. Was geht mit Trimax seinen Augen, Alter? Hey, ja, das ist ein Hacker. Ich schwör' ich, das muss Trimax eigentlich als die Mode reinmachen, ja? Digga bei Schmack! Oh, jetzt. Jetzt! Das war wahrscheinlich nur am Anfang Fails, oder? Let's go! Mach's nicht fertig, Monty! Oh, ja, genau. Oh, ja, genau. Ich bin Tim! Du willst mich? Fieg mich! Mann! Einer ist hier vor mir, Alter. Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Wie geil ist das denn bitte geschnitten, Alter? rein in die olga zeig mir deinen dance monty so geil wie auch die rote karte rauspeppert ja 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 Meine Fresse, Basam, Digga, dein Name hört sich an wie Besam. Ich habe deine Mutter Besam, deswegen heißt du so. Wie viele Controller da wohl sterben? Ich habe mir auch schon gedacht, gerade eben. Oh, meine Backen tun weh vom Lachen, ey. Ich habe mir gerade auch schon gedacht, wie viele Controller hat Monte wohl schon kaputt gemacht? Aber ich habe auch schon so viele Mäuse zerfetzt, dass es gehört einfach dazu zum Zocken, weißt du? Da muss einfach mal manchmal irgendwas fliegen. Hallo. Was macht er jetzt? Ah, nee, warte mal, mein Fehler, äh... Das waren noch Zeiten, Leute, Bouncepads, Alter. Junge, mega geil, richtig nice. Ohne Scheiß, Leute, on point, eh, kranker Kanal. Oh Gott, meine Backen tun weh vom Lachen, Alter. Ohne Scheiß, wenn mir jemand so ein Video schneidet, das so lustig und so gut ist, bis drei Minuten oder so, 50 Euro auf meinen Nacken für dich. Oh mein Gott, ey. Ich finde immer geil so, wenn Monte danzt, ey. Er hat immer die geilsten Moves, Alter. Ehren-Ehren-Ehren-Video, ey. Richtig nice. Oh Mann, ey. Nice. Das war ein gutes Videospiel, ey. Das war ein gutes Videospiel, ey.